Für uns beide habe ich jetzt hier natürlich was parat. Es gibt natürlich eine Fashion-Challenge. Es sind natürlich die Regeln, wie immer in 60 Sekunden ein komplettes Outfit zusammenstellen. Und diesmal ist das Thema... Darf ich raten? Ja. All white? Ja, genau. All white für's Holt-Festival. Deswegen würde ich mal sagen, wir legen los. Drei, zwei, eins. 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 Drei, drei, eins. Drei, zwei, eins. Untertitelung des ZDF, 2020